Die Karl-Volk-Marsch-Steu-Schule, frühe Paradies-Schule, ist ein staatliches Berufsschulzentrum für Wirtschaft und Emp-Verwaltung in Jena. Geschichte Am 9. Dezember 1844 gründete Karl-Volk-Marsch-Steu das Jena-Pädagogische Seminar mit einer Volksschule als Übungsschule. 1858 wurde ein neues Schulgebäude der Seminarübungsschule, die Johann-Friedrich-Schule, eingeweiht. Steu war der Stadt Jena nicht nur durch seine pädagogische Arbeit verbunden, sondern die Steu-Schen-Erziehungsanstalten und seine spätere Wirkungsstätte. Die Johann-Friedrich-Schule befanden sich exakt auf dem Gelände der heutigen Schule. Ein hinter der Turnhalle in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts aufgestelltes Denkmal wurde umgesetzt und steht heute auf dem Schulhof der Schule. Seit dem 5. September 2002 trägt das staatliche Berufsschulzentrum Wirtschaft und Emp-Verwaltung Jena den Namen des Universitätspädagogen Karl-Volk-Marsch-Steu-Struktur. Die Karl-Volk-Marsch-Steu-Schule Jena ist eine berufsbildende Schule und bildet vor allem im Berufsfeld Wirtschaft und Verwaltung in den verschiedenen Schulformen aus. Zurzeit sind das Berufsschule Fachrichtung Fremdsprachen bzw. Fachrichtung Bürowirtschaft, Fachoberschule, beruflichen Gymnasiums, Fachrichtung Wirtschaft, Fachschule zum staatlich anerkannten Betriebswirt.